Nur einmal anlegbar? Okay... Was? Aha. Nur einzeln an... Nur einzeln anlegbar. Hä? Was soll das denn heißen? Nicht nur einmal, sondern nur einzeln. Ich behalte mir den, weil ich brauche die Heer jetzt sowieso noch nicht. Sonst gehen wir erstmal kurz wieder zurück. Ich möchte noch den Rest gerne einsammeln. Zumindest ist der Rest der sich lohnt. Oh. So. Lustig. Lustig, lustig dran. Hehe. Ja. Cool, dann begeben wir uns mal nach oben. Oder halt. Nein, genau. Wir machen das so. Jetzt möchte ich erstmal kurz gucken. Dann möchte ich nach da. Dann möchte ich durch das Portal. Was? Das Portal ist weg. Ich kann noch nicht 16 Level wieder hochrennen. Nö, ich kann aber neu laden. Gut. Dann zwingt mich Diablo dazu, hier nochmal kurz neu zu laden. Entschuldigt bitte. Ich hoffe jetzt, dass es so funktioniert. Obwohl, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich befürchte fast, ich muss nochmal laufen. Naja, gut. Okay. Wir versuchen es so schnell wie möglich zu machen. Und in der Zeit versuche ich euch mit netten Anekdoten die Zeit zu fangen. Naja, also, ich hatte euch ja schon erzählt, wie ich das erste Mal Diablo 1 gespielt habe. Lustig ist, ob ich Diablo 2 damals gekauft habe. Es war, ich weiß gar nicht wieso, ich habe Diablo 1 mitbekommen. Das war sogar im Playstation Magazin drin und meine Mutter war strikt dagegen. Ähm, wahrscheinlich hatte sie recht. Ich meine, ich war damals einfach noch viel zu jung. Aber, ich meine, das so ist, ne? Man ignoriert die Eltern, ist ja klar. Was soll man noch sonst machen? Man ist jugendlich. Man ist wild. Man ist entschlossen. Man will etwas tun und man macht es. Jedenfalls, habe ich es trotzdem nicht geschafft, weil es dann ja auch nicht mehr in der Playstation veröffentlicht, äh, für die Playstation veröffentlicht wurde, irgendwie von Diablo 2 mitbekommen zu bekommen. Ich war irgendwie, ich wusste irgendwie schon, Mensch, wer hat denn diese StarCraft gemacht? Die Firma ist ja auch gut. Und Diablo, das ist auch, muss auch eine Firma sein, die sehr gut ist. Und ich wusste nicht, dass das beides Blizzard ist. Ich habe irgendwie immer geschafft, zu ignorieren, wer was gemacht hat. Ich wusste ganz lange nicht, wer die ganzen, ähm, Produzenten war. Und ich fand damals, ähm, Dark Omens, Warhammer Dark Omens super cool. Ich hatte das als Demo. Und, ähm, ich meine, diese Demo war wirklich cool. Ich habe die so oft gespielt. Ich habe das so gemacht, diese zwei Level, wo man dann auch einmal mitbekommt, wie es ist, wenn ich mir meine eigene Armee aufbaue. Und wie ich mir die Armee quasi verbessern kann. Ja, ja, das ist super lustig. Ah, ne, das dauert mir jetzt nicht zu lang. Komm, das dauert euch doch bestimmt auch zu lang. Also ich versuche das jetzt mit, mit raus und rein. Wenn das nicht funktioniert, dann, ja, Pech. Schade wäre es, wenn es funktioniert, umso besser. Aber das kann ja jetzt nicht die Lösung sein. Ich würde gerne hoch zu dem Hexenkessel. Und das nochmal mitbekommen, aber, also, das hier ist ein Quatsch. Naja, und wie ihr seht, habe ich noch ein paar Ziele offen für die erste Etappe, damit ich dann die nächsten Set-Gegenstände bekomme. Oder das ist also die ersten. So, jetzt möchte ich mal zur Ruine. Dann gucken wir mal. Ich habe keinen Eindruck, also... Verfluchte Truhe. Verfluchte Truhe. Er taucht doch nicht nochmal So nach dem Motto, was wir dem noch schenken wollten. Ist ja diese tolle Krone. Und ich habe es nicht geschafft, ihn zu töten. Oh nein, ich kriege die Truhe nicht. Ja, geht ja nicht. Na gut, Hauptsache. Hier ist das, was ich mir erhoffe. Ja, man kann das Event bestimmt mehrmals spielen. Wenn nicht, wäre das schon ziemlich merkwürdig, weil ich meine, es passiert, wenn ich jetzt einfach mal das erste Mal einfach sterbe. Und es dadurch nicht zu Ende bringen kann. Risswald. Hier, hier. So. Dann Sonja jetzt hier. Das ist verschlossen. Aha. Das kann noch nicht geöffnet werden. Ah, ich hätte Grisswalds Scheide behalten sollen. Oh. Haha. Dieses Event ist doch etwas lustiger und rätselmäßiger, als ich dachte. Was mir an sich hier sehr viel Spaß macht. Oh ja, jetzt mit die Brücke rüber. Zur alten Hexe. Hexen-Elixier. So. Diesmal zurück machen. Hexen-Elixier, was auch immer das macht. Unverrückt. Aha. Hehehe. Ja, ja. Die Geister der drei Kühe. Es gibt kein Kunkn-Level, aber man hat es damals schon erwartet. Und Diablo 2 sind es eingefügt. In Diablo 3 gab es das ja auch ganz kurz. Rustig, wenn ihr euch an das Event erinnern könnt. Das war auch lustig. Also, ich gehe da jetzt bestimmt nicht nochmal rein. Ich wollte nur gucken, was es mit dem Kessel auf sich hat. Aber schön. Schön. Schönes Event. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder, würde ich meinen. Denn jetzt werde ich bestimmt nicht bis Level 70 durchspielen. Aber ihr habt schon gemerkt, ich habe schon eine ganze Menge geschafft. Wir sind Level 37. Ich bin schon. Ich und mein... Nede. Begleite. Ach, apropos. Bevor ich hier einfach so... Ich will ja sowieso gerne eigentlich umsteigen auf die Verzauberin. Aber das ist halt nicht so leicht. Nee. Gegnerbild hören das Blödsinn. Äh. Stärk... Ist so um drei Prozent. Außerdem wäre ein Nahkampf... Nein. Nahkampf will man ja nicht an sich ranlassen. Bei Gegnern in den Wirkungsbereichen. Nö. Äh, was? Ein Lichtblitz geblendet. Na toll. Beschwört einen Teich aus Arcana Energie, der im Verlauf von Schaden macht. Nehmt euch diesen Templer mit. Der wird euch nur mit seinem Gewäsch zu Tode langweilen. Eure Angriffsgeschwindigkeit wird die Verzauberin. Jawohl. Ja, ein Hühner verwandeln braucht doch kein Mensch. Ähm, was hat denn mein Templer für einen Schadenwert? 181 und du... Naja. Ha, 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 ha. Oh, oh, oh. Halt, 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 halt. Sie ist besser. Naja, das ist ja auch nicht so schwer. Sie hat ja auch die gleichen Werte wie ich. Okay, gut. Dann haben wir das schon mal gemacht. So, ich bringe jetzt die letzten Habseligkeiten hier weg. Ach, das ist wieder so ein Diablo 1 Stab. Alles klar, stimmt allerdings, wenn ich mir das Design angucke. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Ja. Ich würde dann die Gelegenheit nutzen und mich dafür bedanken, dass ihr mir zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal, wenn ich durch die Gegend ziehe und einfach mal Unmengen von Dämonen schnetzle. Bis dahin, viel Spaß beim Diablo 3 Spielen und auf Wiedersehen, euer Harden. Bis dahin, viel Spaß beim Diablo 3 Spielen.